lila lüle kommt zurück sie tausche weiter geht's schön so kann zweimal komm es genau ist fertig bei brunnen menkel ja nur achte einmal schon fertig gewesen ok plastik für den stuhl und auch drei stunden um auch immer egal das gucken so ich will hier kartoffeln ja aber habe es achtet die zusammen alle stuhlfabrik immer noch nicht das dauert noch ein bisschen aber das sind uns auf alle fälle finde ich schon hier alles anpflanzen und auch nur fast 1000 besonnen wenn man verkauft verkaufen würde das 90 kaufen verkaufen auch nicht und dass sie auch was sie auch schon lohnt denn hier die schiffe ja auch hier liegt der kiste die alle 24 stunden da ist es sind wir events leise bekommen dann ja auch man eigentlich nicht braucht eigentlich kein mensch aber egal hier die schiffe schick mal nur die jetzt los weil kosten am wenigsten ich muss hier ein bisschen das teuerste neben aber weiß nicht ob ich erst am meisten lohnt mit dem schiff noch nicht gemacht und den waren mit den drei haben wir noch nicht gemacht die auch mal ausrechnen aber mache ich jetzt nicht jetzt nicht möchte ich denke welches mal jetzt die woche über machen ob die das andere lohnend würde mehr lohnen würde auf jeden fall so gucken wie viel haben wir da immer wieder was 23 jahre hätte verkaufen glauben dass sie mal noch und die wasser melonen lassen wir auch noch so habe ich was endlich was mäßig gemacht nein da kann ich wieder mal ein bananenbrot glaube ich machen was der brutter für eine bananenbrot ja nur sechs bananen okay dass er sich erst machen wir ja nicht mal bei nahm der wäsche holen du bist fertig du bist fertig du bist fertig so gut einmal papier dieses machen wir haben wir noch ohne ende acht mal brot wo sie auch werke reide für anfühlen sind ganz mittlerweile was an so einmal da einmal da und einmal hier hoch über bananenbrot das ist ja den ersten haben sich eigentlich eigentlich ein moment ganz langsam ein bananenbrot bekommt man auf alle fälle auch blaue federn bei donat weiß ich jetzt nicht bei brot auf alle fälle nichts gibt nur die weiße eigentlich wahrscheinlich bei donat die chance dass man auch blau bekommt wahrscheinlich aber mit sicherheit bananenbrot das ist nichts aber herrscht dann fertig dafür hätte ich noch milch nein ach komm mach mal einfach das nächste bananenbrot mach mal einfach mal zwei mal egal was soll da geil wir haben es doch dort war mal futter hast auch noch wunderbar so das haben wir soweit stadtmäßig werde ich nichts neues das gericht haben wir schon schon stehen wie gesagt die schuhfabrik kann ich mir noch nicht leisten neue häuser will ich noch nicht kaufen will es die schuhfabrik haben ach ja auch gar nicht habe alle bislang schon gebaut okay okay dann dauert das wo sie noch gemeinschaftsgebäude muss neues nehmen habe ich als gericht ja gebaut fabrik werden schuhfabrik und das ist ein bisschen mehr da 60.000 wahrscheinlich in der woche jetzt jetzt aber hin wenn ich nicht mal schon mal bauen spezial war nix bei mir die 18 und was er nur die werkzeughandel bei 60 oder so gießerei ist blödsinn noch eine zu bauen sind weise noch zwei zu bauen das blödsinn kann man sich sparen der dekos klar ist auch klar da kann ich mal mit nicht von der stunden dritten könnte man überlegen ja wie ein haus ist einer vollkommen aus vollkommen wir haben heute erstmal alles gebaut auch noch platz hier um was neues hin zu pflanzen die not auch noch da auch mal nix machen auch die teile schon fällig bitte nicht auf die schiffe auf die bananen insel schicken dann sind die vier stunden dann schicke ich dass ich bananen holen dann mache ich zwei bananen brote und dass man den endgleich ein bisschen verfüttern dann mehr blaue feiern bekommen ich glaube ich nicht mal so viele oder ich will auf hier habe ja noch so viel nach wo seid ihr weiß er wie noch den das ist gut das reicht 5 ok es ist nun darauf verkaufen zum gut verkaufen soll nicht 62 nur 21 31 gold nicht gerade viel nicht greifen aber egal wir haben auch noch was über einmal viel mal was was gemacht kommen wir noch ein bisschen was nur ein bisschen auch schon wieder einiges angesammelt und wenn man nicht öffnen nein wir heben mal die kohle auf du nur einmal die kohle auf den bergwerk auch einigermaßen gut ja müsste ich mal und man machen aber trotzdem lange wie das alles weg was hier braucht es in der halbe stunde stunde ist wie sie alle weg hat da ist wieder was weiß auch wieder was aber wie sagt der welt wohl wochenende jetzt noch mal dran setzen mal was sie abarbeiten so alles mit der verschwendung und weil es aber egal wir haben es doch wir haben es doch wie gesagt das wäre ich wohl wochen dann machen ja event aufgaben ja wie gesagt das ist markt sind die bei 50 mal aktuell das dauert noch dauert auch noch machen okay natürlich sagen was viele freute wir sind bei 6000 255 einwohner gucken wie wir weit beim nächsten wochen sind und genau die schifffabrik aber auch schon fertig sein also bauen können weil wir mal sehen mal sehen okay wir sagen wir uns die nächste woche zu nächsten folge zu township dahin schön mit